Sonntag, 27.12. Heute ist die vierte Rauhnacht und die Energie entspricht also dem Monat April 2021. Es besteht intensive Veränderungsbereitschaft und Sie suchen nach Lösungen. Hoffnung auf Verbesserung kommt hoch und Sie wollen, dass etwas weitergeht. Es gibt sehr viel Gefühl und ausgesprochene Medialität. Heil- und Traumarbeit, Entspannungsübungen, sich etwas zurückziehen, bringt Ihnen trotz starken Veränderungsgedanken innere Ruhe und Kraft. Viele ziehen heute die Couch dem Fitnessraum vor, leisten Sie sich durchaus einen richtigen Ruhetag.